Tokio! Die Olympischen Sommerspiele 2020 werden in Tokio stattfinden. Die japanische Hauptstadt setzte sich bei der 125. IOC-Session in Buenos Aires im zweiten und entscheidenden Wahlgang gegen Istanbul mit 60 zu 36 Stimmen bei einer Enthaltung durch. Im ersten Wahlgang war Madrid in einer Stichwahl an den Türken gescheitert. Japan braucht die Kraft des Sports. Wir brauchen Hoffnungen und Träume. Wir freuen uns, die Spiele ausrichten zu dürfen. Sie werden ein großer Erfolg sein und den Wiederaufbau noch schneller voranbringen. Erfolgreiche Spiele bedeuten, dass wir der Welt etwas für die Unterstützung nach dem Tsunami-Unglück zurückgeben können. Es ist das zweite Mal nach 1964, dass Tokio die Olympischen Spiele ausrichtet. Für die Japaner beginnt nun die Arbeit. 20 von 35 Sportstätten müssen noch entstehen.